Werben die Leute bei mir weg wie die Fliegen? Das ist eine Helferin mit Udo Jürgens in diesem Lokal 78 und hier ist sie bei mir, ich war schwanger, bei Dr. Raumrick und mein Friseur, Stalte Michshas, ist schon 2018 gestorben. Jetzt ist live auf NTV, beides kann man nicht und Standby, gibt es auch ein Lied, ist immer noch Radio und Stars, sind SimpliWed, ich werde die ganze Zeit vergewaltigt. Glimmt ist ein Taschenbuch von 2013, da hat sich ungefähr der Gates eingeschaltet und der Neuss umkehrt 2006 und Autrin Hepburn war sowieso schon wann gestorben, wie gesagt, Schorsch, ich habe den Gutschein nicht mehr gefunden, die gruscheln so bei mir rum, ich hätte wäre vielleicht irgendwann mal noch zum Friseur gegangen, er ist auch verstorben, gell? Durch Zufall, okay.